Wie viele Jahre brauchen wir bis zum schwarzen Loch mit Lichtgeschwindigkeit? Das schwarze Loch mitten in der Milchstraße und wir gehen wieder ein paar Szenarien durch, wie viele Lichtjahre wir benötigen. Und wie gewohnt die Daten zur Lichtgeschwindigkeit Kilometer pro Sekunde 300.000 und ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer. Hier seht ihr die Milchstraße, hier ist das schwarze Loch SGRA versteckt, hier zoomen wir ein bisschen ran, hier haben wir unsere Sonne, hier ist unser Heimatort und von da an benötigen wir 27.000 Lichtjahre von der Erde bis zum schwarzen Loch. Und wie gesagt, das sind 27.000 x 9,5 Billionen Kilometer. Wir haben hier noch andere Daten, Entfernung zur Erde, wir nehmen auch nochmal den Pluto mit 30 AE, Sirius 8,6 Lichtjahre. Und Beta-Egoize mit 640 Lichtjahren Entfernung. Und wie gewohnt die Reise mit der Apollo 10 Landekapsel mit 40.000 kmh, weniger als 1% der Lichtgeschwindigkeit. Der Zwergplanet Pluto ist 30 AE von uns entfernt und die Apollo Landekapsel benötigt 12 Jahre bis dorthin. Mit 40.000 kmh zu Sirius A und B benötigt die Apollo 10 232.000 Jahre. Die Entfernung zu den Sirius-Sternen sind natürlich auch viel größer. So, Beta-Egoize mit einer Entfernung von 640 Lichtjahren benötigt die Apollo 10 Landekapsel 17 Millionen Jahre. Ungefähr 17 Millionen bei 40.000 kmh. Ungerechnet 11.111 Meter pro Sekunde. Und als nächstes das schwarze Loch mit einer Entfernung von 27.000 Lichtjahren. Und mit der Apollo 10 würden wir 728 Millionen Jahre benötigen. Da kann ich euch sagen, das ist überhaupt kein Pappenstiel hier. Das sind wirklich viele, viele Jahre. Allerdings die Reisezeit auf der Apollo 10 in Erdenjahre dürfte ungefähr genauso lang dauern. Nur je näher wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern, desto kürzer ist auch die Reisezeit für Astronauten. Ja, das schwarze Loch ist wirklich ein Monster. Nicht nur von der Entfernung her, sondern es verschlingt auch alle möglichen Sterne. Als nächstes nehme ich den Photonenamtrieb mit ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit. Umgerechnet sind das 75.000 km pro Sekunde. Der Pluto ist sehr weit weg von unserer Erde. Je nach seiner Umlaufbahn ist sie mal kleiner oder größer, die Entfernung. Und wir benötigen hier nur noch 17 Stunden. Sirius A und B, wir benötigen hier schon 34 Jahre. 25% der Lichtgeschwindigkeit bei 8,6 Lichtjahren Entfernung. 34 Jahre benötigen wir dann immer noch. Betai Goitze Entfernung, 46 Lichtjahre. Wir benötigen immer noch 2.600 Jahre. Ist natürlich um einiges kleiner geworden, aber immer noch wirklich sehr viel für die Leute auf der Erde. Und als nächstes das schwarze Loch. Sagenhafte 27.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und wir benötigen 107.000 Erdenjahre. Und wie gesagt, auf dem Raumschiff sind die Zeiten deutlich kürzer. Trotzdem muss man bei langen Entfernungen wahrscheinlich in den Kryoschlaf. Aber wirklich, macht euch da keine Sorgen. Die Zeit auf dem Raumschiff ist deutlich kürzer. Und auf der Erde aber leider wirklich so lang wie hier geschrieben. Ja und wenn wir mit dem Raumschiff angekommen sind, was passiert dann? Ja, das schwarze Loch wird uns alle einsaugen in dem Raumschiff. Aber für unbemannte Sonden ist das auf alle Fälle möglich. So als nächstes fiktiver Lichtantrieb mit 90% der Lichtgeschwindigkeit. Wir benötigen hier nur noch 4,5 Stunden bei 270.000 km pro Sekunde. So, da leh. Und als nächstes Sirius A und B mit einer Entfernung von 8,6 Lichtjahren. Wir benötigen hier nur noch 10 Jahre bis dorthin. So, als nächstes Beta-Igoytze. Der Riesenstern, der rote Riesenstern mit einer Entfernung von 640 Lichtjahren, immer noch 710 Jahre, würden die Erdenbewohner warten auf eine Erfolgsmeldung dieses Raumschiffs. Aber darauf können sie wohl lange warten. Das schwarze Loch mit einer Entfernung von 27.000 Lichtjahren wie gehabt, 29.900 Jahre würde das Licht benötigen. Und nochmal als Info, wie in meinen letzten Lichtgeschwindigkeitsvideos, also ich habe auch mehrere davon gemacht, da könnt ihr euch gerne welche anschauen davon. In den Berechnungen sind nicht dabei die Beschleunigung des Raumschiffs, die Zeitverschiebung, also die Zeitdilitation, sowie auch nicht mit einberechnet die Expansion des Universums. Das sind wirklich nur nackte Zahlen, Jahreszahlen, die ich hier zeige. Und je mehr Lichtjahre zum Beispiel eine Galaxie von uns entfernt ist, desto stärker kann die Expansion sein. Allerdings zum Beispiel bei der Andromeda-Galaxie, die kommt noch auf uns zu, da ist die Entfernung 2,6 Millionen Lichtjahre noch zu kurz. Also schön, das schwarze Loch auch ist. Es ist wirklich ein fragliches Ziel, aber wie gesagt für Sonden, die könnten alle mal dorthin fliegen. Aber auf der Erde müssen wir wirklich, wie gesagt, sehr sehr lange auf irgendwelche Nachrichten warten. Es gibt auch Berechnungen, wie viele Jahre die Raumschiffe benötigen, also die bemannten Raumschiffe und wie das Zeitgefühl für den Menschen im Weltall ist. Aber das kommt irgendwann in einem separaten Video. Vielen Dank und ciao! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020